Willkommen zurück, meine Freunde. Es geht weiter mit Tales of Whisperia. Wir machen uns mal auf Versuche. Ich meine, das war da. Wunderbar. Ist das das? Ist das ein Schiff oder ist das eine Insel? Ich weiß es nicht. Müssen wir da jetzt hin? Ah, okay. Okay. Wir haben sie aufgenommen. Schaut! Schaut! Oh. haben ein bisschen was von alexander die musik ist geil ich habe irgendwie das gefühl so langsam spitzt sich die gesagte sache hier zum ende hier bei tales of asperia kann mich natürlich wie immer irren aber es fühlt sich sehr nah am ende an was ich ein bisschen schade finde weil es kam mir so kurz vor obwohl ja gut eigentlich habe ich jetzt wir haben jetzt wieder freitag ich habe wieder eine woche nicht gespielt aber das was wir gespielt haben kommt mir so kurz vor ja das zu sein der dead if they get to close to heracles i can't believe baby stupid enough to attack it head on still there's no way their fleet stands any chance against that fortress well if we can't get in from the bottom we'll just get in from the top what wait let's think this over a little more ach komm ne schissbuckse braves mädchen hold on tighter you'll be shaken off they're shooting at us the artillery fire is erratic there the rear left it's the only area that isn't shooting okay that's the spot do you think he can get us there he's a little hurt that you'd even ask um hoffentlich sind hoffentlich sind wir stark genug level 41 die bewegliche festung erakles es ist eine woche her habe ich in der letzten woche in der letzten folge habe ich da eingekauft habe ich neue gummies hat mein augen schon wieder so that's why the cannon fire from this section was so weak someone's here you never come prepared with a plan do you is brute force the only strategy you know that's right i say this time it's curtains for you you guys again don't you ever give up the schwan brigade you still gunning for alexei after everything that's happened we knights must do as our pride demands come on you guys leave us alone seriously looking at you guys makes me remember a face that i'm trying hard to forget what sort of face do you mean must be some poor sap with a pretty ugly mug raven huh hey old man i'm speechless me too raven the great at your service what so happy to see me cats got your tongue what are you doing here old man gee glad to see you too huh all right men hold down the fort here sir yes sir there that should do it raven okay it's up to you guys from here how can you say that there's no way we can trust you don't try to pretend you forgot what you did old man i see well then do me a favor and put me down quick hey what are you trying to prove i didn't think i cared that much about living but before i knew it i was waist deep in all this if i have to be done in by you guys here well there are worse ways i could go now that you've turned on alexei your blastia could be shut down anytime so you might as well die here is that what you mean i've been a dead man for over ten years so what is a dead guy like yourself doing here anyway raven you came here to settle accounts with us didn't you well brave vesperia would be pleased to take care of that for you your life belongs to brave vesperia now from now on whether you live or die depends on us right ha 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 that's perfect yuri ja ein sklave is nie verkehrt ah this is your punishment ah thank oh 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 sie holt richtig aus drauf gleich ist er tot le Ja, ich bin auch mit der Spaß. Brutalität. Raven, du kennst du wo Alexei schützt? Ich glaube, er ist in der Kontrolle. Dann gehen wir. Alles klar. Du kannst nicht nur auf uns sterben, Raven. Ich bin froh, dass du bist und gut bist. Hä? Oh, ja. Ich bin froh, mit LeBlanc und seinen Männern. Es ist wirklich pathetisch. Also war es dich das ganze Zeit. Entschuldigung für dich durch das alles. Wenn du mich möchtest, werde ich nicht schlägt. Nein. Ich war auch mit der Kommandante. Entschuldigung. Dann glaube ich, dass wir beide viel an seine Exzellenz, die Kommandante. Ja. Wie geht's, wir gehen ihm zurück? Ja. Ich mag das. Raven hat den folgenden Titel erhalten. Unsterblicher alter Mann. Repeat hat ihn gar nicht gehauen. Die Kaiserliche Garde. Erstmal hat Alexei verloren, Flynn. Jetzt hat er dich auch verloren, Raven. Das muss man die Kraft von seinen liebsten Königern. Ich weiß nicht. Er hat noch seine eigene persönliche Garde mit ihm. Die Leute sind furchtbar zu ihm. Sie werden niemals ihn verraten. Sie sagen, dass sie ihn trotzdem glauben? Was können sie vielleicht sehen? Well, Alexei war nicht ein piece of crap, als er hat seinen Start. Huh? Es war seine Verantwortung, Frieden zum Weltkrieg zu bringen. Das ist für alle. Das ist genug. Je weniger, was ich über ihn weiß, desto leichter werde ich ihn verraten. Ha, ha, ha. Nun, das ist die Juri, die ich weiß. Okay. Schattenzahn und echtes Ritterschwert. Interessant. Funkelstern. Ah, ja. Immer blau. Hatten wir da nicht schon mal einen von? Ah, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Funkelstern. Ah, ja. Okay. Kann ich alle nicht basteln. Ne, egal. Ahem. Inbiss- Oh. Okay. Naginata. Ein bisschen kämpfen. Erstmal reinkommen. Gucken, wo... Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Okay, die halten viel aus. Ach ja. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ah, okay. 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 Komm, nehmen wir jetzt eine Beile der Gaia, einfach weil es cool aussieht. Okay. 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 Das war's. Ich bin nicht ziemlich sicher. Was soll ich hier machen? Ich weiß nicht was, was du tun musst, aber es ist immer besser zu sehen, bevor du weg bist. Oh! Du hörst du in, Rita? Fragen von einem Pferd nicht zu helfen. Es bringt mich nicht näher zu einer Entscheidung, aber es macht mich ein bisschen besser fühlen. Warum nicht versuchen es dir, Rita? Vielleicht eine andere Mal. Es gibt nichts, was man sich verletzt. Cipher, warum würde er... So, gehen wir jetzt erst oben lang, oder? Treff ihn! Okay, warum halten wir so viel aus? Was ist hier los? War ich ein bisschen hart auf dich? Wenn ich, wenn ich das mache, steigt die über Limit Level 2 Leiste für alle oder nur für ein? Hmm. Hmm. Ich kann es ja mal riskieren. Oder wir sehen es ja. Wir gehen da gleich rein. Ich möchte erst da oben hin. Wenn wir da durchkommen, dann... Der Ruf. Oh! 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 na ja egal gute strategie Okay, gut. Ah, ein Eisenbein bekommen. Das braucht man gerade für ein Item, was ziemlich gut war. Gut, denn ich will das schon immer für mich nutzen, wenn die Zeit gekommen ist. Hätte jetzt jeder eine eigene Überlimitleiste gehabt, wäre es natürlich besser gewesen. So. So. Die bewegliche Festung Herakles. Sie sind in absoluten Secrecy. Wie viele Leute in dieser Reihe wissen, wie diese Art von constructionen. Viele Menschen müssen wissen, wie die Herakles, wegen dem, was in Dongrest. Die Leute, die in der Stadt selbst waren, waren ein paar sehr künstlerische Arbeitnehmer. Hmm, das würde erklären, wie sie die Sache zusammengebracht haben, so schnell. Aber warum würde sie es behaupten? Ich meine, sie hatten genug Macht, um den Pharaoh zu retten, in Dongrest. Vielleicht war es nicht für die König. Es wurde vielleicht für Alexei's Plan aus dem Anfang gebaut. Alles das für seine persönliche Arbeit? Das ist ein sehr grosses Abwehr von Autorität. Auf jeden Fall, wir haben Dinge zu tun, bevor wir das anfangen können. Genau. Ach komm, dann nicht. Reisen mit Flynn. So, was denkst du über Yuri, Flynn? Er ist ein wahrer Freund. Auch jetzt? Absolut. Ich verstehe. Hm? Ist es etwas, was du fragen willst? Nein, das ist genug. Sorry, dass du dich beschäftigen. Er ist wirklich etwas. Er zeigt Yurys Fehler, aber er nennt ihn trotzdem ein Freund. Ich... Ich denke, sie sind vielleicht Zähne. Ah! Das macht Sinn. Flynn ist Yurys Freund. Geht's hier weiter oder nicht? Nee, okay. Das gibt es doch nicht. Können wir nicht mal confused sein? Giuse cytalerPöden beiseite. Es gibt nichts auf dem Fall. Ach. Musik. Du er mailt mir einen Weg nach oben. Oh Gott, was ist wahr? Oh Gott, was ist das so? Du musst aufhören, in einem Ort wie dieser. Ist Raven immer so? Ja, ich würde sagen, dass er immer so ist. Warum fragst du? Well, da ist der alten Mann als Raven, und der alten Mann als Kaptein Schwan. Ich frage mich, welcher ist der reale? Das ist alles? Ich bin sicher, dass seine Aktionen als Schwan hat eine viel größere Impression auf dich. Insofern, du wirklich nicht wusste, dass Raven war Schwan das ganze Zeit? Ich fühle mich etwas wunderschön, als wir zuerst haben. Aber ich konnte seine Persönlichkeit als Raven mit der von Kaptein Schwan's. Er sieht aus wie ein Goof-Off, du meinst? Wer bist du ein Goof-Off? Kinder in diesen Tagen. Whisperin' Nonsensens hinter einem alten Mann. Well, Raven oder Schwan, er ist immer ein alten Mann. Es ist nicht etwas, was sich um sichern. Vielleicht so. Jetzt ist unsere Chance. Schauen wir ihn schnell an. Das ist Kraft! 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 Ah, da war ich zu langsam. Das ist Kraft! Das ist Kraft! Das ist Kraft! Hier, jetzt stirb! Ach, da ist noch einer! Jetzt geht's hier aber los. Über Limit Boost. Ah, okay. Ah, es war klar. Oh, warum hat er so wenig TP? Was ist da los? Oh, das ist schon wieder fast weg. Oder es ist jetzt weg, es ist krass. Dass die Sachen so viel TP fressen. Eigentlich, die Monster müssten ja jetzt eigentlich weg sein. Dann gehe ich noch mal ganz schnell zurück und kaufe noch mal die Sachen nach. So weit war es ja jetzt nicht. Äh, woher kommt der denn jetzt? Ach so, gerade hat er mich nicht angegriffen. Jetzt ist es ein Hinterhalt. Aha. Haha, der stand da voll zwischen. Haha. Blöder Magier. Not too shabby for an old man. Oh, fehlt auch okay. Doch, bei den anderen schon. Aber bei Yuri fehlt nicht mal viel. Noch ein, zwei Kämpfe. Dann Level up. Ja komm, nehm ich mit. Jetzt hat sie den umgehauen. Jetzt hat sie den umgehauen. Okay, das ist eine coole Combo. Oh, da ist ja noch einer. Oh Gott, das Ding geht nicht kaputt. Okay. Ratet mal, was ich habe. Hunger. Ich werde auch nach dieser Folge erstmal den Ofen anmachen. Mist. Nein. Ich werde auch nach Repriez accountant. Das erwähne. Tatsächlich gibt es. H求ämmer. Und das ist. Das ist. Nein. Wenn ihr auch überraten. Die Rechnung geht auf. Und da nicht her. Ich werde... Ich gehe, sch Na Mist hecht. Nein. Das ist sinn. wunderbar was haben wir hier also was das hier es gibt es so hier ist durch diese nicht gefährlich zu werden so nah an es dieses hier ist nicht sehr sehr nahe es ist sicher aber warum ist hier durch die herakles es scheint das hier ist das hier das hier das hier ist Es wird mit der Luft geöffnet werden, ohne die Bedürfnisse für Luftkranet. Wow. Die Konstruktion der Herakles wurde im Top Secret gehalten, also ich weiß nicht die Details, wie es funktioniert. Selbst dein wirklich nicht gehört von der Konstruktion. Weil ich nicht interessiert. Oh Mann, du bist total nötig, wenn wir wirklich brauchst du. Der Rang des Sorgen ist glücklich. Ich habe das gleiche gemacht, in Gasparost. Ja, wir waren zusammen, wenn das passiert. Lass mich das sehen. Ich wollte immer mit dir, Rita. Oh, das ist nicht fair. Es ist beeinflusst mit dem Luft. Die Geometrie in der Mitte ist verändert. Ah, okay. Ich ahne schon was. Es scheint wirklich viel stärker, als es vorher war. Bist du sicher, dass das okay ist? Wenn es alles zerstört wird, würde das definitiv gefährlich sein. Das war eine Reaktion zwischen dem Luft in der Mitte und dem Luft, das der Rang schoss. Es wird nichts und alles zerstört. Du kannst relaxen. Lass uns den Rang des Sorgen, um diese Gate zu zerstören. Das Rang bleibt einfach neue Fähigkeiten. Es hat eine neue in Gosparost bekommen, nicht wahr? Es hat eine neue in Gosparost bekommen, nicht wahr? Es hat eine neue in Gosparost bekommen, nicht wahr? Ja, das war nur du und ich, Yuri. Ich würde es studieren, wenn ich eine Chance bekomme. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht die Zeit. Na, das bedeutet, dass wir jetzt noch neue Bereiche gehen können. Das ist gut, nicht wahr? Raven ist richtig. Wir sollten nachher gehen und nachher gehen und nachher gehen und nachher gehen. Ja, es ist schwer zu wissen, ob etwas reagiert zu der Rang oder nicht, nur indem wir sie sehen. Ich weiß nicht, wie ich fühle mich nur nachher gehen und nachher gehen. Alles, was wir können. Ich mag es. Es ist die manliche Weise zu machen. Du magst es? Was? Waha! Vielleicht wenn ich hier schreier? Wie geht es hier? Ja! Ich verstehe. Es hat öffnet. Es hat öffnet. Es hat öffnet. Es hat öffnet. Ein kleiner Schammer. Pum. Okay. So, was ist jetzt der richtige Weg? Ah. Was ist jetzt der richtige Weg? Ich muss sich stärker sein. Ich hoffe, du kannst. Du denkst dir so und ich sicher, dass du dich werde. Du glaubst ja, du kannst. Wir haben eine Hitze. Okay, wir gehen. Das war's für heute. Sie haut ihn einfach weg. Und haut dann aber auch ab. So. Diese Dinger halten so viel aus. Da ist ja immer noch einer. Oh, es fällt immerhin. Mann. Oh Gott. Halt auf mit diesen... Mischgummi. Nimm mich gerne. Kann man sich hier ausruhen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's nicht gelernt. Peitsche der Königin. Ja, nehmt mir das mal, ne? Mein Auge. Überhitzung... Bei KP, äh, kleiner, 120 und tp, äh, für Anfängerzauber keine Zeit zum Zaubern nötig. Oh. Okay. Halt, da war's. Halt, da war noch was. Ah, ein Wundersymbol. Ich hätt' gedacht, dass wir uns hier vielleicht mal ausruhen können. Aber nein. Schade. Schade. Können wir ruhig mal einsetzen. Wir haben jetzt erstmal genug gekämpft. Reflex. Okay. Da unten ist ne Kiste. Okay. Okay, das war leider der richtige Weg. Oh. Schwer bewacht. Das sieht aus wie der Fahrzeug zu mir. Es gibt ziemlich viele der Royal Guard da. Das ist sicher eine große Sicherheit. Es sieht nicht so aus, dass es zu leicht ist, es zu stoppen. Es wird es nicht möglich, unseren Weg in den Weg mit so vielen Guardern zu fördern. Warum? Was? Hmm. Since when are you so level-headed? Ich dachte, du warst eine große Feuerball zu machen und es fernscht. Wir sind so weit. Du denkst nicht, dass wir nicht aufhören müssen, um Dinge zu machen? Ich denke, dass wenn wir die Herakles verhören, Sodia und ihre Männer werden können, um zu fahren. Nicht wie groß das Fisch ist, wird es aufhören, wenn du ihn in der Kopf schlägst. Ja, suchen wir die Kontroll-Rumme. Raven, du weißt, wo die Kontroll-Rumme ist? Entschuldigung, das ist eine Sache, die ich nicht weiß. Was ist, wenn die Kontroll-Rumme noch stärker ist? In diesem Fall haben wir keine Wahl, um unseren Weg in zu verhindern. Das wäre eine Krieg zwischen sieben Leuten, einem Hund und der gesamte Royal Guard. Das klingt wie viel Probleme. Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Ah, wenn die Kontroll-Rumme hier experiencroyieren. Es gibt noch keine Kontroll-Rumme im Moment. Ah, Sie haben ja auch schon wieder eine Brille. Ah, ich bin ja auch noch ein Weg. Ah, aber das klingt wie sicherständig. Das ist das Lumpf-Rumme. Ah, was ich gar nicht? Das ist das? Doppelt. Ich war jetzt auch zu voll, äh, zu faul. Das Ananas-Gummi zu benutzen und dann die Truhe noch mal zu öffnen. Oh, entschuldigung. Hey, hallo? Toll, Zeitverschwendung. Warte, wo bin ich jetzt? Okay. Achso, jetzt ist der heilige Trank ausgelaufen. Dabei wollte ich mich gerade jetzt hier wirklich in Ruhe umgucken, weil ich jetzt gerade nicht weiß, ob das ein anderer Weg ist oder der richtige Weg, den wir später gehen müssen. Weil ich denke eigentlich, dass wir runtergehen müssen. Das war's. Das war's. Okay. Toll. Toll. Wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung wo ich bin. Da oben geht es auch lang. So wie es aussieht. Okay. Okay. Macht keinen Unterschied. Ja toll. Oh man, okay ich verstehe. Okay. 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 Ah, wo ist der heilige Trank? Okay. Okay. Ahhhhhhhhhhhhhhh. Ich kann auch gerade schlecht nachdenken, weil man richtig schlecht vor Hunger ist. Ich sollte, glaube ich, mir kurz einen Break machen und mir was zu essen holen. Beziehungsweise machen. Aber ich glaube, das dauert lange. Ich habe nichts Schnelles hier. Ich habe auch nicht mal so ein Stück Brot da oder sowas. Wie gesperrt. Wie gesperrt. Ich check gerade nichts. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich muss sich vielleicht diese Dinger doch aktiviert lassen. Wenn wir eh jetzt hier rauskommen, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Frage ist jetzt auch, ob wir da weiter müssen oder gehen... Ach komm, wir gehen jetzt einfach mal hier die ganze Zeit runter. zu diesem Frachtraum oder was zu diesem Frachtraum oder was zu Maschinenraum. Aber in der nächsten Folge. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Ein bisschen Whisky. Weil hier kein Speicherpunkt ist und ich habe Angst, dass da mein Rechner irgendwie Windows-Aktualisierung oder irgendwie sowas kommt. Aber eigentlich dürfte da nichts sein. So, also bis gleich nächste Folge und so. Macht's gut. Ich habe Hunger. Tschüss. Bis gleich. Oder morgen. Tschüss.